aber wie fand du denn so die Fahrt? ich fand die Fahrt einfach genial das kann ich nicht beschreiben wir sind viele Motorräder gefahren und ich bin ja so ein gemütlicher Fahrer aber das ist etwas ich mag genau, wenn es eigentlich geschaut wird dann ist das Motorräder für den Mann genau richtig naja, so hat der Reiselost-Kanal den Highliner J.B. Billy James geht mal in Interviews und das stellen wir nicht in YouTube naja, warum nicht? das stellt eben doch in YouTube weil, das ist einfach genial ich kann so sagen jeder der wirklich einen Biker ins, der auch schon mal eine hartige Fahrt hat der weiß die Vibration die dann da im Unterleib da das ist wichtig das hat schon was darum sind die Frauen ja auch begeistert wenn sie dann solche Motorräder sind das ist vibrationisch und gut also der Motorrad ist einfach genial also jeder der Motorrad fährt der Arno hat der sollte sich den mal einfach mal nehmen mal runter drehen das ist traumhaft ok, dankeschön dann schauen wir mal darum dann schau mal